willkommen zum aktualisierten tutorial zum thema wie installiere ich arch linux dieses mal auch in stereo und dieses mal hoffentlich auch so dass man alle befehle sehen kann nicht immer meine letzten beiden versionen wo ich entweder nur auf einem ohr zu hören war oder ja mein tutorial so ein bisschen unten abgeschnitten war weil ich intelligenter mensch nicht darauf geachtet habe was man da so tun soll beziehungsweise ich habe nicht darauf geachtet dass mein bildschirm komplett aufgenommen wird von daher probieren wir es noch mal ja wie fange ich an ihr wollt arch linux installieren ein paar kleine worte davor arch linux ist eine sehr sehr grundlagenbasierte distribution das heißt es gibt zum beispiel keinen grafischen installer es gibt keinen ihr müsst die die distribution wirklich händisch selbst auf eure festplatte bootstrappen also vom installationsmedium kopieren grundsätzlich einrichten das macht kein script für euch das macht kein tool für euch und ihr solltet auf jeden fall mit den absoluten basis tools von linux vertraut sein beziehungsweise wissen wie diese tools funktionieren es sollte zum beispiel wissen was ist ein symbolischer link was ist ein editor welche editor gibt es unter in der linux sollte zum beispiel auch mit der bedienung von nano vertraut sein oder von wie oder wie oder wenn ihr solltet wissen was der echo befehl ist was eine shell ist was eine konsole ist ja wie gesagt ich kann euch zwar ich versuche hier in diesem video alle basics grundlegend zu erklären allerdings kann es auch passieren dass ich mal vergesse was zu erklären das ist einfach ich nutze linux jetzt seit 18 jahren seit knapp zehn jahren immer wieder mal auf irgendwelchen zweitgeräten als hauptbetriebssystem seit etwa einem jahr auf meinem gaming rechner auf meinem haupt pc als als basisbetriebssystem als hauptbetriebssystem windows habe ich eigentlich nur noch in der virtuellen maschine irgendwo am laufen für den fall dass ich es halt doch noch mal irgendwie brauchen sollte und ja wie gesagt ich habe einige distributionen durch arch hat mir bisher am besten gefallen weil es eine schöne ein schöner ausgleich ist zwischen ich möchte gerne aktuell sein und ich möchte ein stabiles betriebssystem haben das ist die einzige distribution die ich bisher getroffen habe die noch ein bisschen komplexer sind was die installations installation angeht sind gento und linux from scratch wobei ich habe noch nicht slackware ausprobiert das soll auch etwas komplexer sein allerdings weiß ich das nur vom hören sagen ja fangen wir mal an wie kriegt ihr eigentlich arch linux das hier können wir erst mal zu machen das brauchen wir später prinzipiell braucht ihr zwei tools ihr braucht einmal den etcher um euch einen installations bootstick zu erstellen und dann braucht ihr noch das arch iso den etcher kriegt ihr ganz einfach das ist glaube ich über die homepage balena.io genau hier also ich weiß nicht ob man es gut lesen kann ich kann es leider auch nicht größer machen doch kann ich sogar ja das ist noch ein skript an dem ich noch nebenbei arbeit so auf dieser website hier kriegt ihr dann den den malena etcher gibt es auch für windows es sagt einfach ja man sollte vielleicht die skripte erlauben das da falle ich aber immer rein hier einfach sagen etcher for windows meinetwegen auch als portable das ganze tool sieht dann ungefähr so aus und alles was ihr im endeffekt machen müsst ist ihr braucht noch das arch iso das kriegt ihr unter arch linux.org da klickt ihr im endeffekt auf download scrollt dann hier etwas runter geht dann auf einen host bei euch in der nähe also ich nehme mal stark an entweder deutschland oder österreich sucht euch hier dann einfach einen aus und ladet euch dann hier das arch linux.iso herunter so ihr seht ich habe es schon wenn ihr dann fertig seid wenn ihr es runtergeladen habt dann könnt ihr im endeffekt über den etcher hier steckt ihr einfach den usb stick in euren rechner rein auf dem hoffentlich noch windows läuft wenn nicht dann gibt es andere möglichkeiten oder ihr macht es auf einem anderen pc oder ihr fragt einen freund oder also wenn ihr noch einen funktionierenden rechner habt könnt ihr das ganze mit dem matcher machen sagt dann hier eben flash vom file geht eben hier auf arch linux sagt dann target der usb stick auf dem ihr es haben wollt ihr seht ich habe es schon vorbereitet und sagt dann im endeffekt nur noch flash und dann wird eben das iso auf euren usb stick geschrieben so wenn ihr das habt das dauert so je nachdem wie schnell euer usb stick ist zwischen 5 bis 10 minuten dann könnt ihr das ganze in euren rechner reinstecken könnt ihn neu starten und müsst eben von dem usb stick booten wie das geht kann ich euch leider nicht sagen einfach aus dem grund weil das bei jedem oder bei sehr vielen verschiedenen herstellern immer irgendwie anders geht bei lenovo zum beispiel müsst ihr beim starten enter drücken und dann mit f12 das bootmenü auswählen bei hp ist es glaube ich f2 oder f8 bei acer ist es glaube ich f9 oder f11 müsste man booten mal beim hochfahren eures rechners mal gucken wie ihr in dieses bootmenü reinkommt manchmal reicht es auch wirklich nur den usb stick anzustecken und neu zu starten und dann kriegt ihr eben das oefi bootmenü ich habe das ganze hier mal in der virtuellen maschine gemacht wie gesagt wenn euer pc von dem usb stick dann endlich bootet seht ihr das auch das ganze sieht dann in etwa so aus und jetzt wäre ich hier mal kurz switchen dass ihr das besser sehen könnt und dieses mal achte ich auch darauf dass alles sichtbar ist so also wir haben links im endeffekt haben wir den die virtuelle maschine rechts also hier seht ihr maus und so rechts haben wir dann den linux guide den ich euch noch aufrufen werde und während ich installiere weil ich auch den guide immer nebenher so ein kleines bisschen mit im auge haben ich werde auch definitiv ein paar dinge anders machen also der guide sagt macht es so ich wäre auch ich werde es auch ein bisschen anders machen wir auch erklären warum ich das ganze anders mache und wir werden die installation mit zwei festplatten machen weil die meisten systeme eben heutzutage eine ssd oder eine nvme und eine festplatte haben deswegen werde ich versuchen das da so ein bisschen zu berücksichtigen indem wir die erste festplatte für system und die zweite festplatte für unsere daten verwenden unser raum verzeichnis verwenden das ist wie gesagt der guide den link werde ich euch in der video beschreibung auf jeden fall noch mit verlinken also wenn ihr irgendwas in meinem video nicht versteht könnt ihr hier nochmal nachlesen und vielleicht mit ein bisschen nachdenken auch auf die lösung kommen oder ihr fragt einfach in den kommentaren nach ich habe auch einen discord server auf dem ich ab und zu mal unterwegs bin ob ich den noch verlinkt weiß ich nicht weil auch ich habe einen sag mal anführungszeichen privat leben habe eine arbeit und kann natürlich nicht jedem instantan sofort bei der ersten installation helfen also ich muss euch der fände selber auch sagen wie gesagt ich nutze linux schon eine zeit lang und auch ich habe meine erste zweite dritte und vierte art installation komplett in den sand gesetzt musste komplett neu anfangen ja wie gesagt linux ist kein wie geht es wie geht es wie diese wunderschöne das wunderschöne zitat linux ist benutzerfreundlich es ist nur sehr 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 picky es ist nur sehr wählerisch mit wem es freund sein möchte von daher ja gut weiter im text also wir haben unser unseren usb stick auf unserem laptop oder auf unserem pc mit mehreren festplatten gebootet das hier ist unser menü was wir brauchen ist auf jeden fall das ganz normale art medium das wir hier booten bei euch wird es ein bisschen länger dauern bei mir wird es ein bisschen kürzer dauern bei mir ein bisschen länger weil virtuelle maschine und so 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 das ist es das hier ist jetzt unser installationssystem unser live system und ja hier im guide steht es schon drin ich mal gucken ob das ein bisschen größer machen kann hier genau vorbereitungen zunächst muss das image heruntergeladen werden das haben wir ja schon partitionierung so wir haben unser system gebootet und jetzt müssen wir unsere festplatten eben partitionieren bitte nicht wundern die festplatten hier meiner virtuellen maschine ist in etwas sehr klein hat den grund es ist ein test system das ich auch einfach mal wegwerfen kann wenn es nicht mehr braucht von daher ist es ein bisschen klein aber wir brauchen auch nicht mehr also zumindest braucht linux nicht wirklich mehr so das erste was wir machen ist wir schauen mal dass wir hier unsere deutsche tastatur reinkriegen das wird mit loadkeys de minus latin one gemacht und somit haben wir zz y y ö ö haben wir alles da also wir haben jetzt auch vor allem unsere slashes da unsere sonderzeichen da wo sie sein sollen und damit können wir anfangen das erste schauen wir mal nach was für festplatten haben wir in unserem rechner drin so ich habe jetzt zwei stück wie gesagt einmal eine nvme das ist der erste eintrag disk slash dev slash nvme 0 n1 und das zweite wäre dann devsda das erste wäre wie gesagt bei euch meistens die nvme die schnellere der schnellere speicher das zweite wäre gegebenenfalls eine festplatte wenn ihr das nicht habt wenn ihr nur ein laufwerk drin habt dann macht das auch nichts dann habt ihr halt eben nur ein laufwerk entschuldigung musste nur gerade niesen wie gesagt wenn ihr nur ein laufwerk habt dann könnt ihr den kompletten part mit der zweiten festplatte weglassen das werde ich aber auch nochmal kurz erwähnen ihr seht auch hier sind schon sachen konfiguriert nehmen wir einfach mal an ihr habt noch ein laufendes windows und das ganze wird dann hier mit gelöscht der letzte eintrag dev loop den könnt ihr eigentlich komplett ignorieren das ist bei mir eben die eingelegte cd bei euch wäre das der usb stick so aber wir müssen jetzt erstmal aufräumen ich sollte vielleicht aufhören wild zu tippen so also slash g disk nein ah das war jetzt dev slash nv m e 0 n 1 p 1 also hintergrund ist das wir sollten linux auf unserer auf der ersten auf dem ersten speicher in unserem system installieren der erste speicher in unserem system ist nv m e 0 n 1 einfach aus dem grund das ist die erste die uns aufgelistet wird bei f disk minus l darauf sollten wir unser system installieren zumindest sollte da die boot partition drauf sein ja deswegen wird es auch als erstes bearbeitet übrigens wenn ich hier etwas tippe und ihr hört dann immer dieses das ist im endeffekt die tab vervollständigung ich kann zum beispiel her gehen ich muss dev nicht ausschreiben ich kann d e tab dann macht er automatisch das v und es löschen hin weil es gibt keine andere möglichkeit nv m e tab 0 tab tab so jetzt kann ich wählen zwischen n 1 n 1 p 1 der grund warum wir hier nicht direkt voll ausfüllt ist es sind drei verschiedene geräte so nv m e 0 bringt uns nichts wir müssen nämlich n 1 nehmen so das müssen wir partitionieren und was wir im endeffekt machen ist wir erstellen direkt eine neue gbt tabelle jawoll erstellen da eine neue partition die erste die ganz vorne anfängt und die hat eine größe von plus 1 gigabyte und der hex code für unsere boot partition ist e f 0 0 dann erstellen wir eine zweite partition die die nach der ersten anfängt bis zum ende der festplatte geht und eben ein linux file system ist so das speichern wir jetzt und hier kriegen wir nochmal die warnung achtung wenn wir jetzt fortführen wird alles auf dieser festplatte gelöscht jawoll wir möchten gerne linux installieren so dann haben wir noch unsere zweite festplatte das wäre ja die sda gewesen die müssen wir auch noch vorbereiten weil die wollen wir ja für unser home verzeichnis verwenden auch hier erstellen wir erst eine neue gbt tabelle jawoll eine neue partition fängt ganz vorne an hört ganz hinten auf und nutzt das linux datei system schreiben jawoll damit wäre der erste schritt abgeschlossen so was wir jetzt machen hier im tutorial sagen sie 512 megabyte für die boot partition ich habe jetzt ein gigabyte genommen weil ich bei 512 megabyte doch schon aufgrund dessen auch der kernel da drin liegen wird bin ich da schon mal in platzprobleme und in probleme gelaufen deswegen nehme ich lieber mal ein gigabyte ganz ehrlich bei momentanen ssd größen von 128 256 512 gigabyte sollte jetzt ein gigabyte nicht wirklich ins gewicht fallen so aber die zweite partition verschlüsseln und das lvm einrichten was heißt es eigentlich stellt euch die festplatte stellt euch eine festplatte ich mache das schaubild hier mal größer so stellt euch im endeffekt eure festplatte wie dieses rechteck hier vor das ist der komplette inhalt eurer ssd so was wir jetzt gemacht haben wir haben den ersten teil hier weggenommen und haben gesagt das hier wird unser bootbereich mit 1g 1 gigabyte nvm e0 n1 p1 so das können wir hier jetzt auch mal kurz zeigen also ihr seht jetzt hier von oben nach unten nvm e0 n1 p1 kann man die maus vielleicht doch noch irgendwie sichtbar machen leider nicht mehr schade schade eigentlich ähm nein er weigert sich mal die maus darüber zu zeichnen zeichnen egal das hier ist wie gesagt unsere boot partition unsere nvm e0 n1 p1 und der braune teil hier das ist komplett nvm e0 n1 p2 also partition 2 was wir jetzt machen ist da legen wir einen container drin an der verschlüsselt der komplett verschlüsselt ist und in diesem verschlüsselten container erstellen wir eben unser unser physical volume und legen da dann eben unsere zwei bereiche an einmal mit root für unser komplettes system home klammere ich hier aus weil home kommt ja auf eine andere festplatte aber war werde ich noch mit ausklammern und werde dann auch erklären warum also so wollen wir das jetzt dann aufbauen so zweite partition verschlüsseln und das lvm einrichten so jetzt kann ich hier wieder ein bisschen kleiner machen weil ich glaube man kann es im video eigentlich gut lesen gut crypt setup minus c minus aes minus ja das kann er mir jetzt nicht helfen aes minus xts minus plane s s 12 minus minus type lux 2 lux 2 ist ein etwas neuerer Algorithmus ich weiß nicht ob lux mittlerweile automatisch das 2er Format nimmt sollte es eigentlich ich gebe es zur sicherheit halt immer nochmal an weil ein bisschen performanter ein bisschen größerer und besserer Schlüsselverwaltung deswegen nehme ich persönlich immer lux 2 lux format slash dev slash nvme 0 n1b2 groß und klein schreibung ist übrigens sehr sehr wichtig bei Linux deswegen steht hier auch so ganz komisch das lux in kleinen Buchstaben und das f von format groß würde ich das f nicht groß schreiben würde er den Befehl nicht annehmen also großen kleinen schreibungen gerade auf der Konsole sehr sehr wichtig so yes jetzt möchte er ein Passwort haben so damit wäre die Verschlüsselung von unserer Hauptpartition eigentlich fertig ja gut also verschlüsselt haben wir jetzt müssen wir unsere Verschlüsselung natürlich auch noch öffnen open slash dev slash nvme 0 n1b2 und wir brauchen noch einen Namen das Passwort was wir eben vergeben haben und wir können loslegen so darin müssen wir jetzt unsere unser Volume Management erstellen so hier sieht man auch crypt setup looks open die sagen halt lvm ich habe jetzt halt arch genommen so pvcreate slash dev slash mapper slash arch so warum devmapper arch und nicht devmapper lvm oder eben slash dev slash nvme 0 n1b2 ganz einfach wir haben unseren Container geöffnet also in dem Fall geöffnet mit dem Namen arch deswegen wird er gemappt also kartografiert wenn man so will nach slash dev slash mapper mit dem Namen arch also arch ist unser entschlüsselter offener Container mit dem wir arbeiten können gut also dann wollen wir mal unser pv erstellen so physical volume successfully created darin werden wir jetzt unsere Volume Groups erstellen vgcreate ihr seht auch hier main und so weiter ich nenne es halt System weil ist unsere Systemfestplatte in slash dev slash mapper slash arch und jetzt können wir unsere einzelnen Volumes erstellen stellt euch das eigentlich vor stellt euch das ein bisschen vor wie Teile wie Festplatten Container das sind eigentlich so so unabhängige Festplatten das schöne an lvms ist man kann sie im laufenden Betrieb vergrößern man kann sie verschieben kopieren richtig einfach backupen vor allem also man kann sie sehr einfach sichern das geht auch von daher macht lvm schon Sinn ist allerdings nicht nötig also theoretisch könnte man so ein System auch komplett ohne lvms installieren wie gesagt wenn ihr ein bisschen mehr Ahnung von Festplatten beziehungsweise von der Festplattenverwaltung habt wie das Dateisystem und Linux funktioniert könnt ihr den auch recht einfach selbst anpassen also einfach die die direkt ins Script Device reinschreiben zum Beispiel oder also keine lvm verwenden sondern direkt euer Root System ins Script Device schreiben das würde auch gehen aber wie gesagt wir machen sie jetzt erstmal streng nach Vorschrift also lv create mit einer Größe von unsere Root Festplatte hat 9 GB machen wir mal 7 davon für das System und das Ganze kriegt von uns den Namen Root und das erstellen wir im lvm System in der Volume Group System so und der Grund warum ich das Ganze noch so ein bisschen aufteile ist es gibt unter Linux den Ordner var unter var es wird so ziemlich alles reingeschrieben was systemrelevant ist unter anderem logfiles unter anderem ein paar paar Libraries und das Miese an der Sache ist wenn ihr das auf Root lasst was bei einer wirklich großen Festplatte zum Beispiel auch kann man durchaus durchaus mal lassen was mir auf Servern zum Beispiel wieder passiert ist dass durch die Logfiles weil ein Server läuft 24 7 gerade ein Webserver der loggt ja auch woher kommen irgendwelche Zugriffe er loggt ja auch fehlgeschlagene Login Versuche und so weiter kann ist es mir schon öfters passiert dass mir dadurch meine Root Partition voll gelaufen ist das heißt es war kein Speicher mehr vorhanden die Dienste haben angefangen abzustürzen und das ist so ein Grund weswegen ich var generell versuche immer auszulagern und weil wenn var voll läuft hängen vielleicht ein paar Dienste aber mein System hängt nicht also ich kann mich immer noch einloggen ich kann immer noch dran arbeiten das ist einer der Gründe warum ich var immer gerne auslagere und nachdem ich jetzt eine recht kleine Festplatte habe entweder kann ich sagen ich gebe dem jetzt auf dem normalen System müssten eigentlich 20 GB reichen aber nachdem ich ja jetzt hier nur so eine recht kleine Festplatte habe machen wir auch nun mal recht wenig war so das ganze nennen wir war und es kommt in unsere Volume Club System rein oh wir haben nicht genug freien Speicher na dann machen wir es so ganz einfach so wie in der Anleitung wir nehmen einfach alles was noch da ist so unser Home wollen wir ja auf unsere Festplatte legen so das kommt übrigens später weil die müssen wir ja auch noch verschlüsseln wir müssen da machen wir keine LVM rein da nehmen wir einfach die ganze Festplatte so wie sie ist und wir wollen das ganze automatisiert entschlüsseln lassen beim Hochfahren des Systems den Schlüssel dafür legen wir auf unsere verschlüsselten Root Partition ab das heißt der ist uns soweit auch sicher aber wie gesagt kommen wir später noch dazu so jetzt haben wir die beiden erstellt und der nächste Schritt auch hier unsere Anleitung ist Dateisysteme erstellen und für die Installation mounten also einbinden verfügbar machen so also mkfs.vfat-f32-nue-fi das ist wichtig hier müssen es Großbuchstaben sein weil FAT32 nur Großbuchstaben erlaubt man kann auch kleine nehmen aber dann kann es zu Problemen kommen slash nvm e 0 n n 1 p 1 so das ist unsere Boot Partition die ist wirklich noch auf der Festplatte drauf so den Rest müssen wir jetzt allerdings innerhalb des LVMs machen also mkfs.ext4 das ist das Dateisystem man kann ext4 nehmen oder XFS oder ReiserFS oder es gibt ich nehme ext4 weil es ist am längsten es ist am stabilsten meiner Meinung nach es ist zwar alt aber dadurch dass es eben auch so ein gewisses Alter hat unglaublich stabil und man kann auch ButterFS nehmen oder ZFS nehmen es gibt zig Möglichkeiten aber für ein Basissystem nehme ich persönlich eigentlich immer ext4 weil es ist am längsten da ist am bekanntesten funktioniert am besten ist am besten getestet übrigens meine Meinung also so root slash dev slash mapper jetzt ist es nicht arch jetzt ist es unsere Volume Group System unsere Partition root so wurde erstellt das ganze machen wir jetzt noch mit var so das hätten wir auch jetzt müssen wir eben anfangen unser System zu bauen das heißt wir hängen das ganze jetzt ein dev mapper system-root nach slash mnt da erstellen wir jetzt mkdir slash mnt einmal boot einmal root und einmal var war und weil wir sie auch noch brauchen home so und hier gibt es wirklich schön was richtig schönes was die bash kann bevor ich jetzt jedes mal diesen Befehl eintippen muss könnte ich das ganze auch automatisieren oder schneller machen mkdir slash mnt slash boot, root, var, home geschweifte Klammer zu was macht die bash hier wenn ich diesen Befehl ausführe ja merkt die bash in diesen geschwungenen Klammern durch diese geschwungenen Klammern führt sie im Endeffekt den Befehl viermal aus einmal mit boot einmal mit root einmal mit var einmal mit home also das ich kann im Endeffekt verketten aber ja wie gesagt übrigens wie gesagt die bash completion geht auch hier mkd tab mkdiskimage interessant also es geht immer nur so weit wie es eindeutig ist slash mntab ho tab genau weil das schon vorhanden ist gut also haben wir alles eingehängt der nächste Schritt hier wäre jetzt also wir haben hier wir haben einmal unser Dateisystem erstellt eingehängt haben wir es auch schon haben wir es eingehängt nein wir haben es noch nicht eingehängt also mount slash dev slash boot boot moment mkfs doch genau mount dev mapper system boot haben wir eingehängt mount slash dev slash nvme0 n1p1 nach slash mnt boot mount mount slash mnt slash mnt slash mnt so home haben wir ja noch nicht home könnten wir jetzt theoretisch vorbereiten machen machen wir aber erst nachdem wir unser system mal grund installiert haben das geht eigentlich recht einfach man sieht es auch jetzt hier die grundinstallation durchführen mit der bevorzugten methode spiegelserver auswählen und so weiter und so fort noch ein kleiner hinweis wenn ihr die installation macht gebe ich euch den heißen tipp verwendet ein netzwerkkabel wlan kann man auch benutzen allerdings ist es recht schwer einzurichten an diesem punkt brauchen wir jetzt internet deswegen wenn ihr die möglichkeit habt steckt ein netzwerkkabel ein ob ihr internet habt könnt ihr einfach testen ping google.de google antwortet uns das heißt wir haben internet dann machen wir jetzt erstmal ein pacman minus update also er soll jetzt erstmal unsere datenbank updaten dass wir die aktuellsten quellen haben so und jetzt machen wir packstrap nach slash mount also slash mnt und die pakete die wir brauchen base base devil git brauchen wir später noch das ist auch wichtig die dos fs utils nein dos fs tools dann gptf disk lvm2 weil wir haben ja lvm erstellt dann natürlich linux dann auch die linux-firmware für wlan sticks für hardware die an unserem rechner hängt dann nano weil ich persönlich bevorzuge nano wim wäre auch ein editor dann brauchen wir noch den network manager was brauchen wir noch hartop ist ein gutes tool iotop ist ein nützliches tool erkläre ich euch dann später was das alles ist ähm und die bash minus completion so feuer frei oh ja ich habe mich vertippt ja er soll den befehl korrigieren also wie gesagt je nachdem wie schnell eure inneren verbindung ist kann das unter umständen ein bisschen länger dauern man sieht hier ich lade mit einer recht hohen geschwindigkeit ähm von daher dauert es auch nicht wirklich so lang ja man sieht auch mit einer schnellen festplatte und einer schnellen inneren verbindung geht die installation von arch eigentlich recht schnell vonstatten so jetzt baut er uns unseren kernel den wir brauchen diese diese possible firmware errors die kann man eigentlich ignorieren das ist nur für unser rescue system so damit ist packstrap fertig ja jetzt würde es hier weitergehen mit genfs tab mit arch ch root und mein toller rechner name wird es auch gleich weitergehen aber vorher jetzt ist der zeitpunkt unsere zweite festplatte einzubinden so und das erste was wir machen werden ist auf jeden fall einen schlüssel zu generieren dass wir unsere festplatte nicht mit einem passwort entschlüsseln ansonsten müssten wir nämlich beim system statt immer zwei passwörter eingeben sondern wir lassen das ganze mit einem mit einem schlüssel schlüssel datei entspannen so um diese schlüssel datei zu generieren ähm müssen wir dd verwenden dd ist im endeffekt ein low level kopier tool also damit wird wirklich bit for bit kopien erstellt oder eben reine daten kopiert also nicht irgendwie ein doc file oder ein video sondern wirklich die pure datei so wie sie auf der festplatte oder auf dem speicher geschrieben ist also die nullen und einsen werden damit kopiert und äh das machen wir hier auch eingang wird sein slash dev slash random so kurze erklärung hierzu unter slash dev liegen devices devices also geräte es gibt allerdings physikalische geräte wie slash dev slash nvme0 n1 wie zum beispiel unsere testplatte es gibt aber auch virtuelle geräte und dev random ist so ein virtuelles gerät und das einzige was dieses gerät macht ist es generiert zufallszahlen es gibt davon zwei stück es gibt random und u random also es gibt auch den hier der unterschied ist random generiert wirkliche zufallszahlen also random guckt nach was geht auf eurem pc gerade vor welche aber was wird hier gearbeitet und aus dieser halt aus diesen aktionen die er da macht aus diesen dingen die da ablaufen kommunikation zwischen prozessoren arbeitsspeicher dinge die auf der festplatte passieren dinge die ich eintippe werden dazu benutzt um eine zufallszahl um zufalls bit muster zu generieren und wenn nicht genug aktivität auf dem server vorhanden ist oder auf dem computer vorhanden ist dann kann der eben keine zufallszahlen mehr generieren dann stoppt er irgendwann u random umgeht das indem die einfach zufallszahlen berechnen was allerdings nicht immer so zuverlässig ist weswegen es diverse studien gibt beziehungsweise es diverse Papiere gibt die eben auch sagen u random ist nicht wirklich zufällig also man kann es theoretisch zurück berechnen deswegen für solche kleinen sachen wie eine schlüsseldatei kann man auf jeden fall random verwenden so off wäre in dem fall slash mount root home.key so die block size machen wir 4096 bit count 1 also einmal eine datei mit 4096 also 4 kilobyte die haben wir jetzt und die datei verwenden wir jetzt um unser home laufwerk zu verschlüsseln so den befehl haben wir ja weiter oben das ist der hier den müssen wir nur noch ein bisschen erweitern und zwar crypt setup minus c aes minus xts minus plane minus y minus s 512 minus minus type lux2 lux format slash dev slash sda minus key minus file ist gleich slash mount slash root slash home Punkt key also wir geben ihm jetzt im Endeffekt noch mit nehmt kein Passwort nehmt diese Schlüsseldatei so sind sie sich sicher jawohl erledigt so diese Schlüsseldatei liegt auf unserem verschlüsselten Rootlaufwerk das heißt wir werden es nachher noch so einrichten dass wir entsperren unser Systemlaufwerk mit Root geben beim Booten unser Passwort ein damit wird das C-Laufwerk also unser Rootlaufwerk entschlüsselt und da liegt auch der Schlüssel drauf um eben das Home auch noch zu entschlüsseln dadurch dass hier unser Systemlaufwerk verschlüsselt ist ist der Key geschützt so was passiert allerdings wenn ihr jetzt irgendwas kaputt gemacht habt und ihr wollt euer Rootlaufwerk äh euer Homelaufwerk mit einem Live System entschlüsseln dann müsstet ihr zuerst euer Root entschlüsseln den Key da rausziehen und mit dem Key nochmal Home entschlüsseln was ein ziemlicher Aufwand ist deswegen kann man als zweite Möglichkeit immer noch ein Passwort mit hinterlegen eben für solche Fälle das ganze geht auch recht einfach Crypt Setup Lux Add Key Slash dev Slash SDA 1 das was wir ja SDA was wir ja vorhin verschlüsselt haben so Minus Minus Key Minus File also jetzt müssen wir noch sagen welches File er verwenden soll dass wir jetzt eben um das zu bearbeiten Slash mt Slash Root Slash Home Punkt Key So jetzt müssen wir noch ein Passwort vergeben jetzt können wir irgendwas eintippen also wählt ein sicheres Passwort das nicht das gleiche Passwort ist wie das was ihr für euer Root verwendet könnt ihr zwar auch wenn allerdings das Root Passwort rauskommt habt ihr auch ja das Passwort für euer Home auf der anderen Seite wenn irgendjemand an das Root Passwort kommt hat er durch die Schlüsseldatei auch Zugang zu Root ja es geht aber halt auch andersrum wenn ihr eure Platte mal irgendjemand wenn ihr irgendjemand anderen helfen wollt oder irgendjemand anderen um Hilfe bittet und der sagt ja wir müssen jetzt hier Home entschlüsseln gebt mal das Passwort ja und ihr habt verschiedene Passwörter hat er nur Zugriff auf Home und nicht auf Root also wie gesagt unterschiedliche Passwörter machen schon Sinn wahrscheinlich habe ich mich jetzt gerade vertippt ich habe mich vertippt also nochmal und ich habe heute wirklich einen Lauf mit sich vertippen jetzt hat es geklappt also unser Home Laufwerk hat jetzt eine Datei zum entschlüsseln und ein Laufwerk also ein Passwort zum entschlüsseln so jetzt können wir open slash dev slash sda mit Home mit dem Key File gleich slash mnt slash root slash Home Punkt Key so jetzt haben wir den Container aufgemacht jetzt müssen wir den Container noch formatieren Punkt Kleiner Tipp übrigens hier wenn ihr nicht andauernd einen Befehl so einen ellenlangen Befehl nochmal neu eintippen wollt weil er ist ja schon mal eingetippt worden STRG R dann könnt ihr nämlich suchen in den Befehlen die ihr schon eingetippt habt mkfs zack da ist er ja schon einfach Pfeiltaste nach links oder rechts so Home Home DevMapper und unser Container ist Home so wurde formatiert und jetzt können wir nämlich den Container den formatierten Container DevMapper Home einhängen nach slash mnt slash Home so jetzt können wir weitermachen jetzt haben wir hier jetzt haben wir hier den nächsten Schritt so gen fs tab wenn wir das hier jetzt machen generieren wir unsere sogenannte File System Table das heißt wir generieren eine Übersicht an allen Festplatten allen Dingen die eingehängt sind die unser neues System braucht das ganze können wir es sieht ungefähr so aus so würde die Datei zum Beispiel aussehen man es gibt verschiedene Möglichkeiten man sieht es hier weiter oben mit den Optionen F L p p t u h wenn wir L verwenden nimmt er die Labels also in dem Fall die Namen Label ist gleich Uevi Label ist gleich Warr Label ist gleich Home also die Bezeichnungen die wir vorher vergeben haben das ganze macht Sinn weil es lässt sich einfach merken man lässt sich einfach mit arbeiten nehmen wir mal an ihr nehmt jetzt diesen Guide installiert zwei PCs damit irgendwann geht euch der eine PC kaputt ihr baut die Festplatte raus wollt sie in euren zweiten PC mit fest einbinden eben auch in DFS Tab dann werdet ihr damit Probleme kriegen weil dann gibt es auf einmal zwei Festplatten die den gleichen Namen haben ja also auf einem System absolut kein Problem aber es gibt halt auch Möglichkeiten das anders zu machen indem wir zum Beispiel statt dem Label UUIDs verwendet so die UUIDs sind Unique IDs Universal Unique IDs also die sind wirklich einzigartig und das hat auch den Vorteil über die UUIDs kann man theoretisch tausend Festplatten mit dem gleichen Namen haben und trotzdem sind sie unterschiedlich über diese UUID es ist ein bisschen sicherer das zu verwenden es ist nicht nötig aber es ist sicherer also ich persönlich nehme halt immer gerne generell UUIDs auch wenn es ein bisschen ja klobiger aussieht und Klein P sagt im Endeffekt er soll mir wirklich nur die Devices einbinden die wir später auch brauchen weil so wird er mir jetzt wahrscheinlich noch die oh ne macht er nicht mal ich dachte jetzt eigentlich er fängt noch an mir hier die das CD-Laufwerk mit einzubinden aber ja wie gesagt machen wir trotzdem die UUID und die Ausgabe wollen wir jetzt nicht lesen wir wollen das in der Detail schreiben und zwar nach mnt etc slash fs tab so wie hier auch beschrieben nur dass wir eben die UUIDs statt den Labels verwendet haben so dann wechseln wir mal in unser System so jetzt sind wir im Endeffekt auf unserem neuen System das fest installiert ist eingeloggt und das allererste was ihr tun solltet was in der Anleitung zwar auch erwähnt wird aber was ich persönlich immer wieder vergesse weil ich nicht lesen kann oder zu faul bin zum lesen ein Root Passwort setzen ihr habt keine Ahnung wie oft ich das schon vergessen habe und danach im neuen System mich einloggen wollte und dann gemerkt habe ja hat nicht geklappt so also einfach Passwd eintippen neues Passwort wählen das ist das Administrationspasswort und das ist wichtig mach das so dann geht es weiter also in der Anleitung steht zum Beispiel drehen echo mein toller Hostname nach etc hostname können wir machen machen wir auch aber ich verwende wie gesagt gerne nano echo geht auch aber ja ich mache es halt einfach auf die altmodische Art so was müsst ihr hier berücksichtigen euer PC Name sollte ein einziges Wort sein komplett in Kleinbuchstaben sein und darf keine Leerzeichen enthalten erlaubt sind Striche also Minus und Punkte aber auch am Ende oder in der Mitte niemals am Anfang so das zum Beispiel ist erlaubt das wäre nicht erlaubt und das wäre auch nicht erlaubt also wie gesagt einfach nur irgendwas kurzes prägnantes mit Steuerung O wie gesagt man möchte man möchte speichern Enter drücken ist gespeichert Steuerung X kann man n editor wieder verlassen Schritt erledigt so weiter geht es damit dass wir unserem neuen System sagen müssen wo wir eigentlich sind also welche Sprache wir benutzen möchten slash etc slash locale.gen das sieht ein bisschen kurios aus aber im Endeffekt müssen wir hier nur unsere sagen was wir verwenden möchten und nachdem ich faul bin Steuerung W kann man suchen d e unterstrich groß d e punkt groß u t f minus 8 so diese Datei hier einfach vorne dass die Route entfernen und aus Kompatibilitätsgründen weil es manche Programme einfach verlangen können wir hier noch weiter runter gehen bis zu en ja ich bin bei es für Spanien für Spanien en en us utf 8 das brauchen wir auch noch theoretisch kann man hier auch widersuchen steuerung w en unterstrich us punkt utf 8 dann würde man auch hinkommen ach wenn ich mich nicht wieder vertippt hätte en unterstrich us punkt utf minus 8 ah jetzt hat es geklappt hier genau so Steuerung O wird dann wieder gespeichert Steuerung X verlassen so und dann einfach ok minus gen enter fertig so nächster Punkt steht hier auch drin so theoretisch könnte man noch en dk verwenden aber ja de und us reicht eigentlich danach mittels Locale kennen äh genau nachdem wir ja erstmal auf der Konsole bleiben nano slash etcv kon so le punkt conf keymap ist gleich de minus Latin one ansonsten haben wir wieder die englische Tastatur wenn wir jetzt dann neu starten und das wollen wir ja nicht so jetzt müssen wir noch sagen wo auf der welt wir sind wir machen einen link einen symbolischen link das heißt wir kopieren nicht sondern wir machen wirklich nur wir sitzen in eine Verknüpfung wie bei Windows und wir erzwingen diese Verknüpfung weil sie ist wichtig das heißt sollte die datei schon vorhanden sein wird sie einfach überschrieben so von der datei slash universal system resources share zonen info europa berlin das ist unsere zeitzone nach etc local time damit wissen wir jetzt auch wie viel uhr es ist beziehungsweise welche währung wir verwenden welche datei formate wir verwenden welche zeit formate wir verwenden dass wir unser datum mit tag monat ja und nicht mit monat tag ja schreiben was ich persönlich äußerst dämlich finde aber okay das hätten wir auch erledigt jetzt kommt ja einer der wichtigsten schritte wir müssen nämlich jetzt hier unserem kernel sagen äh äh wie er unseren rechner booten soll so nano slash etc enter init tab .conf so in den modulen so wir haben das ext 4 datei system verwendet hättet ihr jetzt hier beispielsweise xfs verwendet könnte man jetzt hier xfs reinschreiben hättet ihr beides verwendet könnte man jetzt ext 4 und xfs reinschreiben aber wir lassen das mal auf ext 4 ähm und bei den hooks und da kommt es auf die Reihenfolge an wir haben einmal das basis system dann haben wir unsere unify devices dann haben wir alles was er automatisch erkennen kann soll er auch automatisch erkennen soll dafür die die module laden soll auch die block devices initialisieren danach soll er bitte unser keyboard laden für den fall dass der beim boot prozess nämlich hängt können wir nämlich dann damit arbeiten denn soll er uns noch unsere deutsche struktur layout laden so dann soll er die verschlüsselte partition aufmachen soll das lvm laden da drin sind dann unsere datei systeme die kann er dann gelegentlich nochmal mit einem file system check bearbeiten und wenn wir dann irgendwann fertig mit unserem pc sind und wenn wir dann irgendwann fertig mit unserem pc sind wollen wir die auch wieder runterfahren so steuerung o enter steuerung x und mit mk mit cpu minus p linux generieren wir unseren neuen kernel sollten wir jetzt einen Fehler gemacht haben würde er uns diesen Schritt jetzt verweigern nachdem er es aber macht scheint alles zu klappen in der zwischenzeit ja genau hier steht es danach wird mittels passwd ein root password danach wird noch mittels passwd ein root password gesetzt das wie gesagt habe ich mir angewöhnt gleich zu Anfang gleich zu Beginn ansonsten vergesse ich das so UEFI bootloader installieren und konfigurieren das ist glaube ich der Schritt der am nervigsten ist aber es ist auf jeden Fall sehr schwer den zu installieren boot ctl leertaste install fertig danach ct boot loader entries und nano arch.conf so wir brauchen den title wir brauchen tab dann brauchen wir linux tab dann brauchen wir init.rd tab und dann brauchen wir options so der title ist bei uns arch linux x64 vm linux ist gleich slash vm linux minus linux slash id fs minus linux punkt image so und hier wird es interessant hier müssen wir nämlich jetzt sagen wo liegt unser Dateisystem was ist es für ein Dateisystem also wo liegt unsere root partition und wie können wir sie ansprechen so und wir erinnern uns wir müssen jetzt die diese 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 zwiebel an Dateisystemen von unten her aufmachen das heißt wir haben ein crypt device also ein verschlüsseltes volume und das ist gleich slash dev slash nvm und das ganze soll er uns öffnen als arch also das ist der name unter dem er den container öffnen soll und er würde nicht booten weil crypt device vorsicht beim tippen ich könnte so viel zeit sparen wenn ich mir angewöhnen würde richtig zu tippen so dann unser root Dateisystem liegt unter dev mapper system minus root weil wenn wir unser crypt device aufmachen erkennt linux sofort da liegt ein lvm drin guckt nach was für lvms das sind nimmt die namen heraus und mappt diese volumes ja eben mit dem volume group system und dem volume root darum das ist unser root device dev mapper system root so das ganze wird geöffnet in ups root leertaste leertaste lang ist gleich de leertaste elite ist gleich slash unified system resources slash lib slash systemd slash systemd so locale ist de unterstrich de punkt utf minus 8 so nochmal Probe lesen arch linux x64 vm linux linux fs crypt device nvm 1p2 arch dev mapper system root ok steuerung o speichern steuerung x so das ding kopieren wir jetzt mal nach failback fallback ist sagen wir egal chmios fail conf so titel fallback also unser rescue modus so dann müssen wir hier im endeffekt noch ein minus fallback hin machen so speichern steuerung o enter steuerung x jetzt müssen wir noch eine datei noch bearbeiten und zwar den die loader pop conf so er soll drei sekunden vor dem boten warten soll unsere konsole mit der maximal möglichen desktop auf lösung ausführen und der default eintrag ist die arch.conf so und das war's eigentlich system verlassen und neu starten steuerung d beendet übrigens unser chr also wir werden damit ausgeloggt dann umount umount slash mnt slash boot boot wir sind noch nicht ganz fertig zum glück zum glück sonst hätten wir alles wieder einhängen müssen devmapper ach nv m e 0 n 1 p 1 nach slash mnt boot ch boot slash mnt t wir haben nämlich vergessen unsere verschlüsselte partition einzubinden so wenn wir nämlich hergehen und uns die etc fs tab mal angucken hier haben wir unser slash home nämlich drin ja das funktioniert soweit auch ganz gut würden wir jetzt neu starten würde er uns beim hochfahren nämlich einmal unser passwort für unser system haben wollen also für die boot partition und dann würde er uns später noch fragen hey ich würde gerne das passwort hier für dein home verzeichnis haben aber das wollen wir ja nicht eingeben wir wollen ja im endeffekt dass es automatisch passiert und deswegen müssen wir eben beim hochfahren auch noch sagen hey da ist noch eine zweite verschlüsselte partition mach die mal auf und nutz die mal und das können wir im endeffekt über die crypt tab machen es gibt nämlich noch die etc crypt tab hier können wir nämlich eintragen wir haben da noch mehr so hier verwenden wir auch die juju id und die juju id für unsere verschlüsselten festplatte kriegen wir über blk id für die block id von slash dev slash sda hier sehen wir auch cryptolux das ist die richtige die wollen wir haben und das pipen wir also hängen wir an und zwar zweimal wir brauchen hier zweimal das größer einmal heißt ersetze die datei wollen wir ja nicht und zweimal heißt hänge es an slash etc crypt tab so nano slash etc crypt tab so hier oben haben wir ein beispiel name device password options so name ist home also slash dev home die juju id und hier müssen die anführungszeichen weg ist gleich das hier den kann man eigentlich auch weglöschen so damit damit haben wir name und wir haben unser device ach ich liebe es wenn es nicht ganz passt aber egal so passwort wir haben kein passwort wir haben eine datei die liegt in slash root slash home.key warum nicht slash mnt slash root ganz einfach unter slash mnt wir sind ein installationssystem stellt euch das wie eine schicht vor die erste schicht ist das installationssystem und in slash mnt haben wir unser installiertes system reingehängt also wir haben uns im endeffekt geöffnet so und wir müssen jetzt nachdem wir hier gerade in unserem installierten system sind und nicht im installationssystem müssen wir jetzt so denken wenn unser system ohne diesen usb stick hochfährt ist im endeffekt dieser ganze layer vor slash mnt der fällt weg der wird weggeschnitten deswegen nicht slash mnt root sondern slash root so und options naja es ist eine lux verschlüsselung steuerung o enter steuerung x was wir auch noch machen können das könnten wir zwar auch später machen aber machen wir jetzt doch schon noch pacman minus s wir benötigen noch sudo wenn es nicht schon drauf ist warning sudo ist up to date ok perfekt ist schon installiert dann erstellen wir uns mal eine gruppe für unseren benutzer weil als root zu arbeiten ist ein absolutes no go root sollte man nie zum arbeiten verwenden group at euer benutzername also euer benutzer und eure gruppe sollten gleich heißen man kann es auch unterschiedlich machen aber benutzerverwaltung ist ein ganz eigenes thema für sich was auch recht komplex ist damit kann man auch berechtigungen in der einzelnen not da steuern aber für den beginn für die grundinstallation sollte man es erstmal so einrichten so und dann user at wir machen ein wir make a home directory also wir erstellen uns eine home directory wir geben uns auch eine shell und zwar die bin bash die ist eigentlich recht einfach dann unsere hauptgruppe ist die gruppe die wir eben erstellt haben also wenn ihr einen anderen benutzernamen haben wollt nehmt einen anderen wir sind auch mitglied der gruppe real da kommen wir gleich drauf und unser benutzername ist eben unser benutzername so dann geben wir unserem benutzer ein passwort ansonsten kann er sicher nicht einloggen das ist übrigens euer wirklich username passwort also euer benutzername und euer passwort nicht das root passwort verwenden ein eigenes wählen so jetzt müssen wir dafür sorgen dass wir später eben nicht als root arbeiten sondern mittels sudo eben als benutzer root werden können das brauchen wir noch editor ist gleich nano leertaste w i sudo so und hier einfach mal bis mit der mit der bild abtaste bis ans ende der datei springen und hier gibt es nämlich diesen eintrag hier uncomment to allow members of the group real to execute any command so das einfach weg machen das ist das räutchen die raute davor STRG O ENTER STRG X so jetzt können wir unser system neu starten so STRG D fürs auslocken dann u mount slash def äh def mnt slash home dann machen wir es doch mal so wir haben home a boot die sollen uns alle aushängen zack hat er gemacht und jetzt noch um mount slash mnt und jetzt einfach ein reboot ne wir machen das anders wir machen kein reboot wir machen ein power off so was ihr jetzt in eurem pc macht euer pc sollte jetzt dann aus sein also ausgeschalten sein das heißt ihr könnt jetzt den usb stick abziehen und äh das ganze ist auch ganz praktisch weil wir wollen ja jetzt rausfinden ob es denn funktioniert und deswegen usb stick abziehen rechner wieder einschalten so und dieses mal seht ihr wir haben hier unser fallback wir haben hier unsere vm wir haben reboot into firmware irgendwann später wenn ihr euch sehr viel mit arsch beschäftigt wenn ihr auch mal experimentieren wollt wenn ihr dann hier mehrere einträge habt und euch dann wundert warum bootet immer das ich möchte mal was anderes standardmäßig ausprobieren wenn ihr jetzt auf einen eintrag geht und d drückt dann seht ihr ganz unten default boot entry selected ja also das heißt wenn ihr jetzt einen neustart macht ich setze jetzt hier einfach ich drücke jetzt einfach mal den reset button dann wird jetzt automatisch immer standardmäßig fallback ausgewählt ja jetzt gehe ich hierher d default boot entry selected ich mache einen neustart und schon fährt mir wieder mein ich sage es deswegen weil ich habe tagelang gesucht wie ich das einstelle so neustart er möchte unser festplatten passwort haben und wir sind drin unser installiertes system bootet von der festplatte ohne usb stick und wir können arbeiten so dann fangen wir mal an unser benutzer unser passwort login incorrect yay ich habe doch gewusst ich habe mich vertippt ok ich habe mich sowohl beim festlegen des passworts schon vertan nein wir haben haben wir ein passwort festgelegt egal für den fall dass der eindruck nicht klappt dafür haben wir noch unsere notfall benutzer so passwd ac mal wir haben nämlich kein passwort für unseren benutzer gesetzt deswegen so setzt man übrigens ein passwort für einen benutzer passwd leertaste der nutzernahme jetzt aber hat er wohl unser benutzer ein passwort steuerung d ist übrigens immer logout und schon funktioniert es auch so sudo minus i hier möchte er übrigens immer euer nutzer passwort haben nicht das passwort vom administrator also nicht das root passwort so systemctl enable network manager den haben wir ja vorhin mit installiert den brauchen wir nämlich um weil wir haben kein internet so deswegen enable dass er auch beim systemstart automatisch mit gestattet wird und was wir jetzt noch machen ist start weil jetzt funktioniert unser internet so an dieser stelle könntet ihr jetzt auch euer wlan einrichten das funktioniert jetzt und zwar nmtui edit a connection activate a connection set a system hostname edit a connection hier müsst ihr jetzt theoretisch mit tab geht ihr hier auf add und hier könnt ihr nämlich jetzt sagen wifi so und hier unter device hier müsstet ihr jetzt theoretisch euren wlan adapter stehen haben meine virtuelle maschine hat keinen wlan adapter deswegen steht hier nichts drin aber nehmen wir mal an hier würde jetzt drin stehen wlp0s1 zum beispiel als ssid müsst ihr jetzt eben nachgucken wie heißt euer wlan zum beispiel fritz box 6980 usl security wäre dann vielleicht wpa wpa2 und passwort wäre dann 123456789 123456789 irgendwas blablabla dann könnt ihr hier mit tab weitergehen bis auf ok automaker wieso kann ich hier nicht bestätigen ja ich kann nicht bestätigen weil mein gerät nicht existiert ja also ihr könnt dann theoretisch hier noch auf ok gehen mit tab und dann könnt ihr im endeffekt auch eure wlan verbindung aktivieren machen wir aber später in einem späteren teil eben über eine goi wenn ihr eine installieren wollt wenn ihr allerdings eine reine konsole behalten wollt aus gründen dann könnt ihr das eben über die konsole auch einrichten aber wie gesagt prinzipiell einfach nur network manager aktivieren solange ihr ein kabel dran stecken habt habt ihr auch eine internet verbindung so was wollen wir jetzt noch machen ganz einfach ohne software macht es keinen spaß deswegen installieren wir uns noch den sogenannten our package manager das arch user repository das wiki hier das ich euch auch in meinem video verlinken werde ist übrigens sehr sehr umfangreich auch wenn die deutsche etwas das deutsche wiki etwas kleiner ist aber das internationale ist natürlich immer besser deswegen leute wenn ihr englisch könnt wenn ihr kein englisch könnt versucht es euch irgendwie beizubringen weil fast alle Hilfe ist immer international also englischsprachig ausgelegt so wo haben wir es denn sicherheitssystemverwaltung hardware anwendungen paketverwaltung so das arch user repository das arch user repository ist im endeffekt es gibt es gibt zwei arten von von paketquellen es gibt einmal die core packages und es gibt ich zeig euch das mal es gibt einmal pacman und es gibt dann eben das our das our ist fangen wir mal so an pacman verwaltet die core packages die kernpakete die direkt von den machen von arch linux verwaltet aktualisiert und gemanagt werden also alles was ihr über pacman installieren könnt könnt ihr euch sicher sein das ist durch tests durchgelaufen das wurde getestet das ist stabil man kann es verwenden alles was über das arch user repository kommt wird von benutzern von arch linux verwaltet das heißt irgendjemand der arch benutzt denkt sich das ist eine coole idee das programm hätte ich gern drin das gibt es für linux ich schreibe dir mal ein skript dass man das automatisch installieren kann das ist das das user repository und software wie teamspeak wie discord wie was hab ich denn noch nie wie der filebot wie spotify wie google chrome das findet man eben im our repository während man sachen wie keypass wie den firefox zum beispiel diverse mailprogramme die findet man eben in den core packages so auch unsere desktop umgebung findet man in den core packages allerdings verwende ich eben da wir hier ein desktop system und keinen server haben macht es auf jeden fall sinn das our zu verwenden auf dem server würde ich das zum beispiel nie verwenden weil es kommt von user es wird nicht es ist halt einfach nicht in anführungszeichen sauber genug für mich aber gut wir wollen das das our auf jeden fall mal verwenden gibt es eine möglichkeit wir installieren alles per hand wirklich alles per hand oder wir lassen das über einen package manager wie zum beispiel pacman erledigen pacman kann kein our allerdings kann ein anderer package manager kann our und pacman also kann beides mit einem tool deswegen werden wir das verwenden das müssen wir auch installieren und das kriegen wir nämlich ganz einfach git clone deswegen haben wir git installiert dann gehen wir da rein cdj und dann machen wir hier ein make pkg minus si feuer frei und durch die base devil durch das paket base devil sollten wir nämlich auch alle abhängigkeiten haben genau jetzt möchte er noch die programmier sprache go installieren das ist weil yay in go geschrieben ist können wir tun so werden die hier kompiliert es gibt noch andere paket manager für das our es gibt zum beispiel noch pac mac oder pr mac dann gibt es noch pack our es gibt eben auch die möglichkeit das ganze händische die git methode zu installieren wie gesagt es gibt genug möglichkeiten dafür ich nehme halt einfach yay weil wie gesagt mit yay muss ich mich nicht umgewöhnen yay kann den pacman index verwenden unter pacman ich kann zum beispiel mit sudo pacman minus minus s plasma minus meta könnte ich mit den kompletten kde desktop installieren so möchte ich ein paket suchen das irgendeine bestimmte funktion erfüllen soll zum beispiel ich möchte jetzt gern die netzwerktools installieren dass ich einen windows share auf das ist das heißt cifs das paket cifs ich weiß aber nicht genau da war noch was dran so kann ich suchen habe ich hier einmal die cifs utils und einmal gvfs-smb oder ich möchte gucken ob ein tool installiert ist haben wir das base devil paket installiert paket installiert oh base devil was und found was und found hm das haben wir doch eigentlich installiert haben wir base devil nicht mit installiert base ist auf jeden fall installiert base devil müssten wir aber auch installiert haben ach nein das ist bloß ein metapaket also ein übergriff für andere pakete deswegen können wir es nicht finden aber gut wie gesagt pacman warum es mir ging padman kann diese hat hat bestimmte parameter die man mitgeben kann und damit man die nicht neu lernen muss kann man die mit yay einfach genauso verwenden installiere update die repositories also update die datenbank und wenn updates vorhanden sind mach gleich ein update gab kein update aber er hat uns auf jeden fall mal das community also das user repository hat er uns auf jeden fall mal aktualisiert also da gab es wohl irgendwas neues so und damit hätten wir auch eine software paketierung mit der wir eigentlich alles installieren können was wir brauchen so kurze erklärung noch wir haben ja vorhin die pakete hartop und iotop installiert hartop ist im endeffekt eine übersicht also wir haben hier jetzt ein system mit zwei kernen also zwei prozessoren 0 und 1 und wir haben 132 megabyte arbeitsspeicher wird gerade gebraucht also ihr seht arch braucht unglaublich viel wenn ich daran denke windows 10 braucht glaube ich nach der grundinstallation mal 2 bis 3 gigabyte gut da haben wir auch eine grafische oberfläche swap wird hier angezeigt mit 0 swap ist im endeffekt die auslagerungs datei heutzutage sollten laptops eigentlich mindestens 8 gigabyte ram haben und es sollte eigentlich ausreichen also ich habe noch nie eine auslagerungs datei gebraucht hier sieht man übrigens auch was braucht gerade am meisten also momentan braucht das systemd prozess scheinbar am meisten ressourcen mit 0,3 prozent des arbeitsspeichers Entschuldigung der network manager braucht noch ein bisschen was aber ja das war es eigentlich so das ist im endeffekt eine systemübersicht und mit iotop sieht man was gerade die festplatte beansprucht oh ja das kann nur als root laufen und hier sieht man jetzt was ganz oben ist ja das was ganz oben ist braucht am meisten last auf der festplatte und das ist ja momentan der k worker und gelegentlich mal kurz das script setup wir machen ja auch nichts auf dem rechner mit q geht man hier übrigens wieder raus also mit der taste q und bei h top hat man unten die ansicht f9 f8 f7 und mit f10 geht man hier eben auch wieder raus ja das war so eine grund liegende sache so damit haben wir so ein funktionierendes grundsystem in meinen anderen videos könnt ihr sehen wie er jetzt noch einen desktop manager installiert wie zum beispiel kde gnome oder oder einen anderen ich gebe euch einen heißen tipp guckt euch auf jeden fall das wiki hier an hier steht zum beispiel auch wunderbar beschrieben wo ist es denn wie man grafikkatten verwendet was auch sehr wichtig ist was ich immer wieder vergesse ich persönlich habe ein reines amd system weil amd öffentliche treiber entwickelt das heißt ich installiere ein basis system arch linux und habe im endeffekt ein funktionsfähiges system meine grafikkarte funktioniert mein prozessor funktioniert alles läuft einwandfrei nvidia hingegen also habt ihr eine nvidia grafikkarte könnt ihr ganz böse schwierigkeiten kriegen weil neuere nvidia karten sehr 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 schlecht unterstützt werden das kann auch so weit gehen dass eben euer system komplett einfriert wenn ihr einen grafischen desktop manager installiert und ihr habt eine nagelneue amd grafik nvidia grafikkarte da drin im regelfall lässt sich das umgehen indem ihr das nvidia paket mit installiert das heißt in einem anderen video erkläre ich euch eben ihr installiert einen ich zeige es euch einfach mal na wo ist denn meine maus so ihr wollt installieren beispielsweise den kde und natürlich den login manager dafür auf dem amd system mit einer amd grafikkarte wird das so einwandfrei funktionieren wird laufen kein ding alles top habt ihr ein system mit einer nachher neuen nvidia grafikkarte solltet ihr vielleicht noch dieses paket mit installieren denn ansonsten kann es passieren dass eure grafische oberfläche nicht startet das solltet ihr vielleicht auch im hintergrund halten habt ihr ein laptop wo es keine grafikkarte gibt wo nur die intel grafikkarte drin ist dann könnt ihr das auch weglassen es geht wirklich nur darum solltet ihr eine nvidia grafikkarte als eure erste dedizierte haupt grafikkarte in einem fest verbauten rechner haben könnte es damit schwierigkeiten geben wie gesagt das ist noch so ein tipp dieses nvidia package noch mit zu installieren über ein system als stdm ansonsten kann es probleme geben so für amd braucht ihr es nicht für intel braucht ihr es nicht nur amd das waren jetzt auch die last words wie gesagt guckt euch auf jeden fall auch mal das wiki an wird sehr detailliert beschrieben was man wie umsetzen muss was man wie einstellen muss und ein kleiner hinweis für diejenigen die sich das jetzt angeguckt haben und sich denken nee das ist mir eindeutig zu viel aufwand das will ich nicht ich habe ich hänge doch nicht auf einer konsole rum um linux auszuprobieren es gibt ein schönes betriebssystem ein schönes linux das auch auf arch basiert das allerdings komplett über eine grafische oberfläche installiert werden kann das auch von anfang an recht schön ausschaut was wirklich wirklich gut gelungen ist das ist manjaro linux und wie gesagt basiert auf arch lässt sich also ähnlich wie arch bedienen hat allerdings eigene repositories und kann man hier auch in verschiedenen editionen installieren und ich persönlich finde es grafisch und optisch vor allem wirklich gelungen schaut sehr schön aus der einzige grund warum es ich nicht verwende ist einfach nur arch ist halt ein bisschen aktueller und bei arch kann ich bestimmen was ich installieren möchte und muss halt nicht irgendwie vorkonfiguriert irgendwelche pakete nehmen die ich eigentlich gar nicht brauche wie gesagt wer sich das mal angucken will gibt es auch ein paar schöne videos dazu das neueste sieht eigentlich auch recht gut aus okay gemacht haben nicht tun wollen so ich hoffe mal dieses video ist ein bisschen besser wie die letzten beiden ein bisschen aktueller und hoffe es kann euch ein bisschen helfen helfen